Heute im EDU-Talk das Metaversum als Sozialraum mit meinem Kollegen Lukas Sparlinger. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Sag ich mal herzlich willkommen heute zum EDU-Talk zum Thema das Metaversum als Sozialraum mit meinem Kollegen Lukas Sparlinger vom Zentrum gesellschaftliche Verantwortung aus Mainz. Hallo Lukas. Ja, hallo Tobias. Liebe Grüße nach Bad Kreuznach. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns ja in den letzten Tagen immer schon so ein bisschen auch über das Metaversum auch unterhalten und ich glaube, das wird ein ganz spannender Talk heute. Ja, das hoffe ich doch sehr, dass wir auch ein bisschen was zeigen können, dass wir ein bisschen was erzählen können. Genau. Genau. Also deine Aufgabe ist ja, du beobachtest ja, ich sag mal, neue Phänomene der Digitalisierung aus gesellschaftspolitischer Sicht und da ist natürlich das Metaversum ein ganz großes Schlagwort, was auch in den letzten Wochen, Monaten vermehrt durch die Presse gegangen ist. Im Moment ist es so gefühlt ein bisschen ruhiger, aber vor ein paar Monaten, da war es wirklich sehr, sehr prominent. Vor allen Dingen auch so, ich sag mal, Meldungen über Grundstücksbäufe, vor allen Dingen in einem richtig teuren, sechsstelligen, siebenstelligen Dollar-Bereich. Also Sachen, die man sich eigentlich so überhaupt nicht vorstellen kann in einer virtuellen Welt. Und ja, darum soll es heute auch gehen, das Thema Metaversum, was das eigentlich ist und was man sich so da vorstellen kann und wichtig natürlich auch, was dort in Zukunft auf uns zukommen wird. Ja, als allererstes, Lukas, wenn ich jetzt gefragt werde, Metaversum, was ist das, was antworte ich da am besten? Ja, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt auf der einen Seite die große Vision vom Metaversum, wo sozusagen der Gedanke ist, tatsächlich eine virtuelle Welt, die komplett interoperabel, immersiv, das sind so zwei Begriffe, interoperabel meint, dass sozusagen sehr viele Dienste, also eigentlich im Prinzip alle Dienste, die in der digitalen Welt zur Verfügung stehen, in diesen virtuellen Räumen zugänglich sind und zum anderen immersiv, also wirklich sehr, sehr real erlebbar ist. In der Realität ist es so, dass jetzt ganz viele verschiedene Unternehmen, also vor allem großer Antrieber ist der Mutterkonzern von Facebook, Meta, die ja sozusagen auch mit der Umbenennung von Facebook in Meta letzten Jahres im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr, sehr starke auch Investitionsanstoß gegeben haben, wo jetzt ganz viele andere Akteure mit aufgesprungen sind, Microsoft, aber auch Grafik- und Computergaming-Firmen wie Nvidia etc. pp., die jetzt sozusagen alle an diesen, also alle einzeln, aber auch irgendwie zusammen, darauf kommen wir sicher noch, an diesem Metaversum arbeiten. Also im Moment, wenn man sich es anguckt, gibt es viele Metaversen. So, jetzt mal so kurz und knapp. Okay, also das Metaversum, obwohl es ja jetzt den Namen Meta in sich trägt, ist jetzt nicht Facebook durch eine VR-Brille? Nee, nicht allein. Also beziehungsweise ursprünglich kommt der Name des Metaversum, also Meta genau, allumfassend, Universum ist Universum, also Metaversum ist die Zusammenstellung und der Begriff, der kommt ursprünglich aus einem Roman von Neil Stevenson, Snow Crash, wo er im Prinzip eine Dystopie beschreibt, in der sich Menschen aus der Realität flüchten, weil sie nicht mehr so schön für sie ist. Also ein, der Staat zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück und Konzerne über dem die Macht und Interessen, vor allem wirtschaftliche Interessen, spielen eine große Rolle, was dazu führt, dass ganz viele eben in dieses Metaversum ausweichen. Und daher kommt sozusagen auch dieser Begriff. Es gab schon viele Vorläufer, also vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass es mal eine Applikation oder beziehungsweise ein Programm gab, Second Life, wo auch schon sozusagen solche, ja, solche Visionen versucht wurden umzusetzen, das aber nur mit so Halberfolg, also es hatte keine Langfristigkeit. Genau, was war jetzt nochmal die Frage? Sehr schön. Ja, die Frage natürlich, wie gesagt, ob Metaversum das Facebook durch die VR-Brille ist, aber du sagtest ja schon, es findet auf verschiedenen Ebenen statt und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage der Zugänglichkeit. Brauche ich da wirklich, ich sage mal, eine VR-Brille oder ist das Metaversum, ich sage mal, auch über andere Geräte im Prinzip nutzbar? Wie kann ich davon profitieren oder auch Erfahrung sammeln? Naja, tatsächlich ist es auch heute schon benutzbar über Browser. Also tatsächlich bin ich gerade parallel auch im Metaversum. Vielleicht können wir das auch mal kurz zeigen, Tobias. Ich bin gerade in einem Metaversum, das heißt Spatial IO und der Tobias, der besucht mich gerade in meinem Home. Das können wir kurz mal zeigen, wie dann so die Avatare aussehen. Wir können hier rumlaufen, ich könnte hier Bildschirme zeigen, ich kann Gegenstände hier auf den Tisch platzieren, vielleicht sieht man es da, der Metavers-Talk, habe ich mir eine kleine Erinnerung auf meinen Schreibtisch gesetzt. Und ja, also das ist so ein bisschen die Idee. Also du hattest ja vorhin schon auch davon gesprochen, dass es Grundstücke gibt, die man kaufen kann. Das funktioniert über eine Technologie oder im Prinzip über die NFTs, Non-Foundable Tokens. Das ist im Prinzip der Gedanke, dass alles ja im Prinzip, was digital stattfindet, reproduzierbar ist. Und mithilfe der NFT-Technologie kann mithilfe von Blockchain eine Einzigartigkeit von Gegenständen auch gewährleistet werden. Das wurde in der Gaming-Szene schon sehr viel benutzt für Gegenstände. Und heutzutage kann man eben tatsächlich auch Grundstücke und auch Gegenstände in der digitalen Welt kaufen. Und da sieht man natürlich auch, warum so ein enormes wirtschaftliches Interesse da ist und so viel da auch rein investiert wird in diesen Bereich. Genau. Was mir jetzt natürlich auch aufgefallen ist bei dem Spatial.io, was ich auch sehr schön fand, das kann ich vielleicht auch gerade noch mal kurz in der Freigabe zeigen, das ist ja, dass dieser Avatar, den du hier hast, dass der ja auch wirklich aussieht wie du. Na ja, so mehr oder weniger, die zumindest ähnlich ist. Und ich sehe, dass du es bist. Ist das in allen Anwendungen so, dass ich im Prinzip auch einen virtuellen Gegenüber meiner Gesprächspartner habe? Oder wie kann ich mir das sonst vorstellen? Ja, also kommt ganz auf die Plattform drauf an, wenn man jetzt bei der Meta-Anwendung Horizon wäre, da hat man Avatare, also da hat das eben überhaupt nicht der Versuch da, dass man sagt, ich möchte so aussehen wie ich, sondern es sind tatsächlich eben Avatare, also Kunstfiguren, die man sich auch selber zusammenstellen kann. Also die erinnern dann eher an irgendwelche Science-Fiction oder Fantasy-Darstellungen. Und genau. Also das ist auch ein großes Thema, also digitale Identität. Also man kann sich natürlich da komplett neu erfinden. Man kann sich komplett neu gestalten. Jetzt in dem Fall sind wir uns ja, sehr ähnlich. Ich finde auch du, Tobias, siehst sehr gut aus. Fantastisch. Aber tatsächlich gibt es da große Unterschiede, je nachdem, in welcher Welt man dann da unterwegs ist. Jetzt wird ja im Chat gerade gefragt, ob Spatial.io auch auf dem Smartphone geht und da kommen schon die ersten aktiven Rückantworten. ja, dass das sehr gut funktioniert. Und ich würde jetzt den David einfach mal mit dazuschalten, weil ich weiß, dass der David auch sehr viel mit Spatial.io und auch in dem Bereich arbeitet und dort vielleicht auch schon mal was zeigen kann, wie das aussieht. Wir sehen jetzt, was sehen wir denn jetzt hier, David? Ja, da ist im Bild Stefan eigentlich und mein Arbeitszimmer. Und Stefan ist über die die mobile App von Spatial.io zugeschaltet und kann sich frei in meinem Arbeitszimmer bewegen. Super. Also das ist das, was wir unter Augmented Reality verstehen, also eben die Erweiterung des analogen Raums um digitale Inhalte. Das heißt, ich gucke dann durch mein Smartphone, ich sehe mein Zimmer und den Avatar meines Gesprächspartners dann durch das Smartphone, mit dem ich mich unterhalten kann. Genau. Hier probiere ich es alleine aus für mich. Also auf der auf der linken Seite ist es noch im im VR-Modus, aber auch schon in der in der Mobil-App und auf der rechten Seite dann im AR-Modus, da bin ich dann im Wohnzimmer. Super. Ja, klasse, David. Vielen Dank für deine Erfahrung und dein Kommentar. Also wie gesagt, grundsätzlich haben wir alle Möglichkeiten, Fragen zu stellen, zu kommentieren oder auch Erfahrungen mit eins bringen. Da sind wir total dankbar, weil das ist doch doch, wir sind ein recht neues Themenfeld und wir sind alle dabei, gerade unterschiedliche Erfahrungen einfach auch zu sammeln. Also von daher, lasst uns voneinander profitieren. Ja, Lukas, du hast dich mit dem Thema Metaversum, ich sage mal, auf verschiedenen Ebenen beschäftigt. Was ist im Moment so dein Eindruck über, wie sagt man so schön, next big thing oder ist das dann eher doch so eine Experten-Geschichte für Nerds? Ich glaube, es ist was dazwischen. Also ich glaube, also das ist jetzt so meine Einschätzung, dass tatsächlich die Technik inzwischen so weit ist, also jetzt sprechen wir tatsächlich von den VEA-Brillen, dass die Wahrnehmung im virtuellen Raum wirklich sehr gut wird. Es fehlt natürlich noch an vielen anderen technischen Anwendungen, zum Beispiel Apple baut, also das vielleicht auch nochmal zu der Frage von vorhin, also wie man sozusagen auch ins Metaversum kommt, da gibt es verschiedenste Variante, es geht browserbasiert, es geht übers Handy, es geht mit virtuellen Brillen. Apple zum Beispiel arbeitet gerade an einer Möglichkeit, wo man von verschiedenen Seiten mit Kameras beleuchtet wird, das ist auch noch in der Entwicklung, also das ist noch nicht in der Anwendung, also wo man dann abgebildet wird, also da gibt es verschiedene Formen, sozusagen auch die reale Figur dann in den virtuellen Raum reinzubringen. Genau, und wie ich das einschätze, also im Moment ist es vor allem hoch ein Kurs, denke ich, weil ganz, ganz viele Akteure, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, da rein investieren und es sind natürlich viele Anwendungsbereiche jetzt auch exemplarisch schon möglich, also auf der Republika habe ich zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut einen Talk mitbekommen, Leif Oppermann, Spezialist in dem Bereich, die jetzt ganz viel zusammen mit wirtschaftlichen Akteuren zum Beispiel an Produktionsstraßen bauen, also die bauen die erst mal nach, schauen, wie man sich da bewegen kann, aber langfristig ist natürlich da schon der Gedanke, dass die Menschen von zu Hause aus tatsächlich dann auch an der Produktionsstraße arbeiten können und das direkt übertragen werden könnte. dann als Begegnungsraum funktioniert das schon relativ gut, also wenn man, je nachdem, welchen YouTube-Videos da man glaubt, also es gibt da verschiedene Beobachtungen, ich kann da auch gleich vielleicht nochmal was zeigen, wo tatsächlich auch Begegnungen international in einem dieser Networks dann sozusagen stattfindet und was das für ein Potenzial hat, also ich glaube tatsächlich, dass es die Vision, dass irgendwie der Großteil der Menschheit da irgendwie regelmäßig drin sein wird, das werden, das kann ich, kann ich noch nicht absehen, aber ich denke sozusagen, so wie man die Digitalisierung oder wie ich die Digitalisierung auch allgemein verstehe, ist es glaube ich schon eine gute Ergänzung zu dem, was man, was man hat, auch für den Bildungsbereich etc. pp. und wie sich das weiterentwickelt, das kann man, kann man schwer absehen. Fest steht, dass, das ist eine Zahl, die ich rausgesucht habe, Blumenberg schätzt sozusagen den Umsatz für 2024 mit 800 Milliarden Dollar ein, also das ist schon ein großer, großer Teil und wenn man sich auch anguckt, wie viele Leute da tatsächlich jetzt auch schon rein investieren und Grundstücke kaufen und der Wert steigert, weil man zum Beispiel das Grundstück neben Snoop Dogg hat und auch für die Unterhaltungsindustrie ist das sehr interessant, also es finden da schon digitale Konzerte statt, es passiert da schon relativ viel, genau, aber im Moment, denke ich, ist es tatsächlich noch was für Nerds, für Leute, die sowieso eine große Technikaffinität haben, denen gerade auch dieses Immersive, das sehr reizvoll ist, aber um sozusagen die Frage vielleicht vorweg zu greifen, also es wird nicht unsere reale Welt irgendwie abschaffen oder sowas in so eine Richtung, ich glaube, es ist tatsächlich als etwas Ergänzendes zu sehen. Wird ja vor allen Dingen auch die Frage der Zugänglichkeit sein, also im Moment gibt es ja auch, ich sage mal, relativ viel Technik und Brillen, die eine Zugänglichkeit ermöglichen, aber die sind natürlich sehr, sehr teuer, im höheren Tausender-Bereich, also noch gar keine Alltagslösungen und ich glaube, da muss ich einfach einmal was finanziell Attraktives sowie auch was Praktisches bieten, weil ich persönlich bin da auch noch sehr, sehr skeptisch, vor allen Dingen, was hier so diese VR-Brillen, also diese Head-Mounted-Displays anbetrifft, ob das wirklich zur Alltagslösung geht. Also ich habe ja am liebsten denn sowas, ich bin ja eh schon Brillenträger, dann in der bestehenden Brille mit drin und da gucken wir dann einfach mal, was auf uns zukommt. Du sagtest, du hast uns was mitgebracht, ein paar Ausschnitte, die du uns gerne zeigen möchtest. Was wäre das denn? Genau, ich schaue jetzt gerade, was vielleicht am besten passt, wo man vielleicht mal ganz gut sehen kann, wie das sozusagen aussieht. Das ist ein YouTube-Video, das ich euch mitgebracht habe von einem, von Dominik Lebersorger, so heißt er zumindest, hier, das weiß man ja nie immer so ganz genau. Und dort habe ich euch einen Ausschnitt mitgebracht, wo man einfach mal sehen kann, ich mache mal kurz noch auf groß, wo man einfach mal sehen kann, wie so Begegnungen stattfinden. Ich zeige euch einfach mal einen Ausschnitt. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten diese Leute ernsthaft Interesse daran, sich mit mir zu unterhalten und ich freue mich wirklich auf dieses Ereignis am Abend. Jedoch musste ich trotzdem noch ein bisschen Arbeit erledigen, ich versuche also nochmal meinen Arbeitsplatz reinzuholen, diesmal mit der Folge. So Freunde, ich habe es zum Funktionieren gebracht, ich habe hier jetzt meinen virtuellen PC mit meinem nicht ganz so virtuellen Schnittprogramm. Wie man sehen kann, geht es draußen auch schon langsam, aber sicher die Sonne unter, es ist doch schon fast 17 Uhr. Danach wurde auf meinem virtuellen Arbeitsplatz echte Arbeit verrichtet und dann habe ich beschlossen, etwas Sport zu machen, da ich bis jetzt den ganzen Tag nur gesessen bin. In einer anderen App konnte ich dann Völkerball und Paintball spielen. Bis ich dann auf jemanden getroffen bin, der in der virtuellen Kantine, wo ich gerade dabei war, mir einen virtuellen Café zu machen, ein Foto von mir machte. Sie war dann auch so nett, mir dieses Foto zu geben, auf dem mein Avatar zugegeben war, was wirklich gut aussieht und ich habe dann beschlossen, das Ganze in den Müll zu werfen. Das, meine Freunde, ist das Mobbing der Zukunft. Doch Gott sei Dank gibt es für virtuellen So, ich glaube, das reicht für den Moment. Vergiss stinkende Sitznachbarn. So, die müssen wir auf jeden Fall vergessen. Genau, also da kriegt man mal so einen Eindruck. Also das, was man gesehen hat, war der Horizon Workroom. Also da ist es tatsächlich so, dass man einen digitalen Computer hatte, den man koppeln kann mit seinen eigenen Endgeräten und dort kann man dann tatsächlich einfach im virtuellen Raum, das ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit es einem gut gefällt oder nicht, da auch arbeiten. Also man hat ja gesehen, da war das Schnittprogramm von dem YouTuber zu sehen. Also da ist viel möglich. Gleichzeitig gibt es eben auch so Orte wie eben diese Kantine, wo man auf Leute zugehen kann, die ansprechen kann, ins Gespräch kommen kann. Also das sind tatsächlich, denke ich, so die aktuell größten Potenziale, die wir da sehen, dass man sich wirklich auch einfach begegnen kann. Und genau, aber gleichzeitig gibt es natürlich da auch immer Probleme. Da werden wir aber, denke ich, später auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, das sind jetzt einfach so zwei Stränge, die sich entwickeln. Also zum einen, wie du jetzt schon gerade gezeigt hast, das ist so die Technik, die Plattformen, die sich entwickeln. Und ich denke, was ich auch auf jeden Fall weiterentwickeln muss, das ist ja Workflow und Nutzungsverhalten auf diesen Plattformen. Von dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, also an meinem Computer arbeiten, durch eine VR-Brille, wenn ich alleine in meinem Keller sitze, das ist natürlich äußerst uninteressant. Ich glaube, da ist dann eher ganz spannend, wenn sich der Arbeitsablauf nochmal verändert, gerade was Teamwork, Kollaboration, Netzwerken, Austausch und so weiter angeht. Oder eben, wenn bestimmte, ich sage mal, Handicaps damit, ich sage mal, aufgehoben oder eben auch kompensiert werden können. Gibt es da denn schon irgendwelche tollen Ideen oder Ansätze, von denen du uns erzählen kannst? Ja, also es gibt natürlich da, also sozusagen in Bezug auf Coworking Spaces, gibt es da Coworking Spaces? Also wir sind ja vielleicht alle, also wir sind ja alle inzwischen wirklich an die Videokonferenz gewöhnt. Und ich denke, das ist schon nochmal etwas, wo wirklich große Potenziale drinstecken. Also inwieweit es dann wirklich eine Usability hat und so weiter, da hängt das, glaube ich, sehr stark zum einen von dem Metaversum, in dem wir uns dann sozusagen befinden, ab. Zum anderen ist es aber natürlich schon so, dass bestimmte Medien sehr, sehr einfach auch in diesen virtuellen Räumen zeigbar sind, in dem man sozusagen auch viel stärker in Interaktion geraten kann, wo sozusagen auch tatsächlich eine Begegnung und nicht nur so etwas Konfrontatives entstehen kann. Ich glaube, da stecken Potenziale drin. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass im Moment sozusagen das Gucken in eine VR-Brille, ich glaube, du hattest auch schon mal die Erfahrung, dass dir das nicht so gut bekommen ist nach einer gewissen Zeit. Also ich hatte jetzt auch mal für eine halbe Stunde und das ist schon sehr, sehr ermüdend für die Augen. Also man merkt es danach, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch aus deinen Erfahrungen berichten. Naja, also ich glaube, ich kann ganz klar sagen, die Realität hat eine bessere Auflösung. Also die ist irgendwie schön anzusehen. Mir ging es in der Tat so, ich habe relativ viel mit VR schon erprobt, Spiele vor allen Dingen und da ist es, also diese bekannte Motion Sickness, von der man auch immer mal wieder hört, gerade bei schnellen Shooter-Spielen, ist das wirklich sehr, sehr anstrengend. Da merke ich für mich, also jetzt nicht nur, dass ich weit über dem Altersdurchschnitt in dieser Spiele-Kategorie liege, dass ich aber doch alle 20, 30 Minuten eine Pause machen muss, weil man sonst wirklich übel wird. Also das ist wirklich so eine Übelkeit durch diese schnelle Bewegung. Zu dem anderen merke ich aber auch, dass das die Augen schneller ermüden und das hat natürlich auch mit der Auflösung zu tun. Ich hatte im letzten, vorletzten Jahr einen Social-EAR-Fachtag besucht, also einen Fachtag komplett über Oldspace, das ist eine VR-Anwendung und ich saß dann in meinem Arbeitszimmer, hatte die VR-Brille auf, aber saß trotzdem gemeinsam mit 50, 60 anderen Leuten in einem Hörsaal und habe dort einen Fachtag mitgemacht und das ist aber auch sehr, sehr anstrengend, weil wie gesagt, die Auflösung, also man muss sich das einfach mal so vorstellen, wie, ich sage mal, Fernsehen von vor 20 Jahren, wenn man das jetzt vergleicht zu Blu-Ray, was wir heute haben oder 4K-Aufnahmen, das ermüdet einfach schneller. Ja, und das heißt, ich brauche da auch relativ viel, viel Pausen auch drin, also von daher ist das zumindest für mich kein Dauerersatz für den Alltag. Ja, ich denke, das ist, denke ich, auch im Moment auch etwas, was man ganz allgemein sagen kann, dass es noch keine Dauerlösung ist und das ist auch, glaube ich, da ist der Stand der Technik noch nicht so weiter und ich glaube, es gibt halt sozusagen bestimmte Anwendungsbereiche, die sind attraktiver als andere, also ich finde es jetzt auch nicht so attraktiv in meinem digitalen virtuellen Raum zu sitzen und an meinem Computer zu arbeiten oder in ein virtuelles Kino zu gehen, da denke ich mir lieber, da schaue ich mir dann auf meinem Laptop oder auf meinem Fernseher an oder gehe ins Kino, aber wenn man sich jetzt so überlegt, dass sozusagen auch zum Beispiel Sportveranstaltungen da stattfinden und so weiter, da gibt es dann eben sozusagen auch die Einschätzung, dass viele sich da, weil sie sozusagen gewissen Schutz durch den Avatar haben, sich jetzt nicht so bewertet fühlen, nicht so angeguckt fühlen und man das aber trotzdem teilt. Also jetzt während Corona war es in meinem privaten Kreis so, dass sich viele dann auch quasi per Videokonferenz getroffen haben, aber es ist, das war meistens eben sozusagen auch in einem sogenannten Safe Space. Es ist halt etwas anderes, wenn man dann sozusagen sein Avatar hat und da auch überhaupt nicht das Gefühl hat, sich da zu bewegen und ich glaube, das sind tatsächlich Potenziale oder man spricht immer so von dem Potenzial, das sind tatsächlich, glaube ich, gute Anwendungsbereiche, die auch wirklich sinnvoll sein können und du hattest ja auch schon Menschen mit Behinderungen angesprochen. Ich glaube, da ist der Teilhabeaspekt in dem Metaversum natürlich schon sehr, sehr groß, weil einfach schlichtweg sozusagen die Behinderung, die einen hemmt, sozusagen von A nach B zu kommen oder die Behinderung, die einen hemmt, bestimmte Dinge auszuüben durch die Handles, also man hat ja nicht nur eine virtuelle Brille auf, sondern eben auch Geräte in der Hand. Da gibt es natürlich natürlich schon auch Bereiche, wo die dann, wo es solchen Personen dann leichter fällt, da sozusagen auch teilhaben zu können und auch Veranstaltungen zu besuchen, in Kontakt zu kommen, etc. pp. Das wäre ja jetzt auch mal so ein schöner Punkt, auch mal für eine Möglichkeit Rückfrage, Kommentare auch an die Zuschauerinnen, Zuschauer oder die hier in Zoom oder auch auf Facebook. Was meint ihr? Habt ihr auch schon Erfahrungen mit VR, mit AR, Metaversum, die ähnlich auch jetzt in diesem Bereich zu bewerten sind mit Vorteilen, Nachteilen? Glaubt ihr, das sind alltagstaugliche Lösungen? Ist das gerade nur ein Hype oder verschwindet das bald wieder von der Bildfläche? Wenn ihr da Gedanken zu habt, beteiligt euch einfach gerne per Chat oder wir schalten euch auch gerne per Spotlight mit in das Gespräch mit rein. Gut. Ansonsten habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, euch bemerkbar zu machen. Wir nehmen euch dann gerne mit rein. Fühlt euch dazu herzlich eingeladen. Du hast es jetzt gerade schon mal so ein bisschen von, ich sag mal, den sozialen Vorteilen gesprochen, Kontakte zu knüpfen, gerade für Menschen, die ihnen das vielleicht auch nicht gerade so einfach fällt. Ich weiß, wir hatten im Vorfeld schon mal so über einige Spots gesprochen. Gibt es da Erfahrungen, die du uns jetzt vielleicht auch noch mal teilen kannst? Wir hatten da einige YouTube-Videos und Clips dazu auch uns schon mal besprochen. Soll ich noch mal was zeigen? Ja, gerne. Machen wir doch. Wieder aus dem gleichen Video, aber ein anderer Ausschnitt. Dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der mir erzählt hatte, dass er um echtes Geld Grundstücke im Metaverse gekauft hat. Horizon, Metaverse, Infineverse, Got some properties over there. You got properties in the Metaverse. You buy with the Metacoins with the hopes that people will purchase under you. It's good to get in early, huh? Yeah, absolutely. But it's definitely growing. Ich konnte das nicht so wirklich greifen und deshalb habe ich nach jemandem gesucht, der auch Grundstücke im Metaverse besitzt und mir das Ganze einfach besser erklären kann. Und ich wurde fündig. Max, du besitzt selbst ein Grundstück im Metaverse. Yes, yes. Darf ich dich fragen, wie viel man für ein Grundstück im Metaverse zahlt? Also ich sage mal so, die Grundstücke gehen so bei, ich würde sagen, elf. Ich brauche wirklich einen Adblocker. Es war auch tatsächlich Das ist Ben. Ben hat Es war tatsächlich auch das falsche Video, das ich zeigen wollte. Das tut mir jetzt furchtbar leicht, aber leid. Aber da, also was man da jetzt nochmal gesehen hat, tatsächlich sozusagen, dass da auch ein gewisser Pioniergeist da ist, was sozusagen auch das Kaufen von Grundstücken, also das war sozusagen der, das Beispiel, das ich da rausgesucht habe. Vielleicht nochmal was zu Begegnungen und da würde ich jetzt mal, genau, hier einen anderen Ausschnitt rausnehmen und da geht es ums virtuelle Dating. Moment mal, Dating in der virtuellen Realität? In der App VRChat finde ich jemanden, der das wirklich macht. Chase aus Kanada. Sechs Dates hatte er bisher hier. What do you like about VR-Dating? Just nice to, you know, see people from across the world. It's just easier on here. Also, I have some disabilities, which make it hard for me to talk to people. It's mainly Asperger's, and I'm not sure if it technically counts as a disability, but depression. And how does this work date in virtual reality? Back when I had a boyfriend, we would pretty much just get on VRChat every day and go watch movies in a movie world, explore worlds, huddling. Honestly, mostly just every day we're just like this, just laying down together. Did you know how your boyfriend looked like in real life? Yeah, in November he came over here and we spent a week together, but in December we broke up. Ich merke, Chase dated mittlerweile tatsächlich lieber in der virtuellen Realität als in der echten Welt, auch wegen seiner Unsicherheiten. VRChat. Zusammen Enten füttern, das geht hier. Aber Chase erzählt mir auch von Sex-Partys auf privaten Servern. Also genau, da passieren ganz, ganz verschiedene Sachen, aber da sieht man zum Beispiel auch, dass gerade sozusagen so eine Ebene, wo Leute sehr große Unsicherheiten haben, die finden da sozusagen auch einen Raum, wo sie sich mal sozusagen, ja, sich zutrauen, auch mit Leuten in Kontakt zu treten. Und das denke ich, kann man auf jeden Fall auch, also muss man als etwas Positives sehen, dass es sozusagen auch solche Begegnungsräume gibt. Das war anschaulich besser, ein bisschen besser nochmal das, was du auch nochmal gefragt hast. Also das ist nochmal, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wo man sieht, ja, also ich habe es, glaube ich, eigentlich schon erläutert. Kann mich jetzt nochmal wiederholen. Nee, ich finde, dass das zeigt ja auch gut, also wenn es eben nicht nur, ich sage mal, die großen Lichtseiten gibt, sondern eben alle Facetten des menschlichen Miteinanders, dass das eben auch das ist, was wir auch in einem analogen Kontext als Sozialraum einfach auch verstehen. Und ich meine, du siehst das Ganze jetzt ja aus einer gesellschaftspolitischen Sicht heraus, das heißt, was denkst du denn, wird dieser Sozialraum, welche Auswirkungen wird der denn, ich sage mal, auf die Gesellschaft zurzeit haben? Wird das irgendwelche, ja, ich sage mal, Folgen, Konsequenzen haben? Wird sich der Sozialraum oder die Gesellschaft, die wir kennen, wird die sich langfristig ändern? Werden neue Möglichkeiten, Optionen entstehen? Wie ist da deine Meinung? Naja, ich glaube, das ist alles Teil des sozusagen des Megatrends Digitalisierung. Also ich glaube, ich glaube, es ist ja nicht die eine Technologie, die unsere, die unser Leben sozusagen vehement verändert. Aber ich glaube, tatsächlich so in einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren wird es mehr Jobs geben, die sozusagen über solche Anwendungen erreichbar sind und auch gemacht werden müssen. Es wird tatsächlich, glaube ich, auch im privaten Bereich Leute geben, aber da muss man eben abwarten, wie viele das sind. Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem kulturellen Kontext man ist. Also ich glaube, in Deutschland hat so eine Vision wie das Metaversum jetzt wahrscheinlich nicht die große, den riesen Erfolg. Aber wenn man jetzt sozusagen auch in Länder guckt, wo vielleicht die Bevölkerungsdichte nicht ganz so hoch ist oder wo vielleicht auch eine höhere Technikaffinität oder auch eine höhere Risikobereitschaft da ist, da denke ich, gibt es schon sozusagen tatsächlich ein größeres Potenzial. Inwieweit das jetzt unsere Gesellschaft als Ganzes verändern wird, das ist natürlich eine Riesenfrage. Aber ich glaube gerade, und da müssen wir natürlich auch noch über die Risiken sprechen. Also die Möglichkeiten, sich sozusagen Bewegungen oder auch Verhalten zu tracken, ist natürlich enorm. Also die Datensammler dieser Welt, die haben natürlich da auch einfach einen großen Schatz, weil natürlich auch Bewegungsdaten, man kann Verhalten ganz anders analysieren etc. Das sind natürlich Risiken, die man mitsehen muss. Und gerade im Moment ist es natürlich noch etwas, was für Nerds ist und wo auch beschrieben wird, dass es einen gewissen Pioniergeist wie in den Anfang des Internets dort aufzufinden ist. Aber gleichzeitig kennen wir das aus vielen digitalen Bereichen, das sogenannte Reproduktionsdilemma, dass natürlich da auch andere Diskriminierungen, also dass zum Beispiel Diskriminierungen stattfinden, dass Sexismus stattfindet. Also da gab es jetzt auch gerade Anfang des Jahres mehrere Berichte, dass dann in der virtuellen Welt es zu sexuellen Übergriffen, sage ich jetzt mal. Also da wurden Leute begrapscht. Und man sollte meinen, das ist jetzt nicht so schlimm, aber tatsächlich die Betroffenen haben beschrieben, dass das ähnliche Angstzustände wie im ähnlichen Leben sozusagen ausgelöst hat, aufgrund dieser massiven Umgebung. Und das sind natürlich auch Probleme, die man da mitdenken muss und die auch beim Design solcher Umgebungen natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Und inwieweit das sozusagen auch dann vielleicht auch ein Hemmnis ist, dass sozusagen das nicht so stark angenommen wird, das ist schwer, glaube ich, auch abzusehen. Grundsätzlich denke ich, dass das sozusagen durch die Digitalisierung und auch durch das Metaversum natürlich viele Sachen viel einfacher möglich werden. Und das Nächste ist dann sozusagen die Frage, wie stark das dann auch angenommen wird und wie gut auch sozusagen die Technik funktioniert, weil Usability ist bei solchen Sachen natürlich das A und O. brauchen wir als Menschen dann noch mal erweiterte Kompetenzen oder Fähigkeiten, um das Metaversum nutzen zu können? Weil du hast jetzt viele Sachen angesprochen und letztendlich, also auch von den negativen Seiten, die natürlich auch Facetten des analogen Lebens sind. Sexuelle Belästigung gibt es ja auch natürlich im analogen Leben und es, da stellt sich aber auch keiner die Frage, ob das dann auch wirklich schlimm oder nicht schlimm ist. In dem digitalen Raum neigt man ja vielleicht eher dazu, ach, ist ja vielleicht doch nicht so schlimm. Das ist ja einerseits, ich sage mal so, die Fremdwahrnehmung von solchen Themen, muss sich da etwas ändern und müssen wir vom Nutzerverhalten vielleicht irgendwie noch Kompetenzen erlangen, um dort, ich sage mal, verantwortungsbewusst auch im Metaverse handeln zu können? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke, dass sozusagen viele der Dinge, die in der realen Welt, also sozusagen was sozusagen Achtsamkeit mit in Bezug auf andere Personen, Empathievermögen ist, glaube ich, was das betrifft, total wichtig, weil sozusagen das Metaversum natürlich anders als in der realen Welt erlaubt, sozusagen einen Kontakt mit Leuten, dem man sonst nicht begegnet. Also ich denke, diese Beispiele, die, also gerade das mit dem Dating, das ich gerade gezeigt habe, zeigt, dass da tatsächlich man auf Personen trifft, denen man vielleicht in der realen Welt, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, sozusagen an den öffentlichen Plätzen zu sein. Also da bedarf es eines ganz besonderen Empathievermögens, einer Offenheit, würde ich sagen, einer Aufgeschlossenheit. Also ich glaube, das sind da so ganz, ganz wichtige Werte, um in der Kommunikation mit dabei zu sein, sozusagen auch auf die anderen Leute einzugehen, tatsächlich am Austausch interessiert zu sein. Das sind, denke ich, so Kernkompetenzen, um überhaupt Kommunikation möglich zu machen, weil sonst besteht da natürlich auch eine Riesengefahr, dass auch das Metaversum, ähnlich wie die sozialen Medien, von Hate Speech, von Desinformation und von ganz viel negativer Stimmung auch übernommen wird und von bestimmten Akteuren. Also ich glaube, da müssen wir sozusagen auch, was das betrifft, uns wirklich rüsten, da sozusagen auch auf die Leute, also mit einem positiven Geist da drin zu sein und eben sozusagen nicht den Leuten dann auch diese Räume noch kaputt zu machen. Also ich glaube, das sind so Sachen, da müssen wir, glaube ich, enorm viel lernen. Genau, das fällt mir jetzt gerade im Moment dazu ein, aber vielleicht haben auch andere noch Ideen. Also, genau. Letztendlich, das sind ja alles klassische Themen der Medienkompetenz, die wir ja auch in einem digitalisierten Zeitalter ja auch brauchen. Also von daher muss man, glaube ich, einfach nur den Blick ein bisschen erweitern, Inhalte werden, aber ich sage mal immer gleich bleiben, weil letztendlich sind die Problemsituationen weder analog noch digital, sondern sie betreffen ja alle Welten. Ja, also da würde ich dir recht geben, nur, dass ich, glaube ich, noch ergänzen würde, dass sozusagen die Intensität der Wahrnehmung auf der einen Seite, aber auch der Möglichkeiten des Trackings, also wenn wir jetzt über Daten sprechen, natürlich viel größer wird. Also der Erfahrungsschatz ist natürlich höher, also die Intensität und umso wichtiger ist es genau diese Medienkompetenzen oder auch, ja, diese grundsätzlichen, das sind ja eigentlich Kompetenzen des menschlichen Miteinanders, dass die einfach sehr, sehr stark ausgeprägt werden. Also ich glaube, da sehe ich auch eine ganz große Verantwortung darin, dazu beizutragen, dass darüber aufgeklärt wird. Thema Tracking, also das heißt jetzt so die ganzen Anbieter, Oculus und wie sie alle heißen, letztendlich läuft sehr, sehr viel ja bei diesem kleinen mittelständischen Familienunternehmen Meta dann ja zusammen. Wichtiges Thema, was für Gefühl hast du denn da, wenn wir uns jetzt, ich sag mal so, ich sag mal mit einer gewissen Euphorie in eine neue Welt stürzen, aber letztendlich, ich sag mal doch unheimlich viel an Daten auf freigeben. Was für Daten geht es da und wie ist da dein Gefühl, wer muss da irgendwie was machen? Naja, also die Daten, die sozusagen zu dem hinzukommen, was sozusagen Meta und Konsorten sowieso schon besitzt, sind halt vor allem Sensorendaten, Bewegungsdaten, also sozusagen alles, was mit der Sensorik stattfindet, Bewegungsdaten, also alle anderen Informationen, denke ich mal, also was man preisgibt über seine eigene Privatsphäre, jetzt sagen wir mal bei Facebook, indem man XY liked und so weiter, das sind ja Informationen, die schon da sind. Also ich glaube, das, was sozusagen hinzukommt, ist tatsächlich und alles, was man sozusagen über Netzwerke weiß, also wer mit wem und wie und was, das ist ja schon da, was halt hinzukommt, sind tatsächlich, wie begegnet, also wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen? Das ist sozusagen nochmal eine weitere Komponente an Daten, die da sozusagen zu, ja, also für Psychologen ist das sicherlich hochinteressant, die wissenschaftlich auszuwerten. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, in welchen Händen dann diese Daten sind und inwieweit sie Rückschlüsse auch auf alle, auf einzelne Personen dann sozusagen zulassen. Genau. Und da denke ich, wer, wer kann da regulieren? Ja, der, ich sage mal so grundsätzlich, wäre die Aufgabe da, dass es eine staatliche Institution macht. Da würde ich jetzt nicht so viel Hoffnung draufstecken, weil es natürlich immer länger dauert, bis es reguliert wird. Also wir haben ja im Moment einen sehr, sehr spannenden Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene mit dem Digital Service Act und Digital Markets Act, wo man jetzt auch mal abwarten muss, was da passiert. Und tatsächlich muss man, glaube ich, Druck auch auf die Unternehmen ausüben, dass sozusagen zum Beispiel bestimmte Funktionen, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Begrabschen im Digitalen sprechen, da wurde jetzt sozusagen relativ schnell dann auch eine Safe-Zone um jeden Avatar herum, die man dann einstellen kann. Oder dass man tatsächliche Leute, denen man begegnet, dass man die direkt blockieren kann und die sozusagen einen nicht mehr ansprechen können. Das sind tatsächlich, denke ich, so niedrigschwellig oder auf die Schnelle sind das tatsächlich gute Optionen, um sozusagen da auch solche furchtbaren Geschichten oder auch Beleidigungen oder sowas zu unterbinden, weil jeder selber entscheiden kann. Ja, und die andere Frage ist natürlich sehr, sehr weitreichend, weil eigentlich braucht es natürlich irgendwie eine unabhängige Instanz, eine internationale Instanz etc. pp. Da könnten wir uns, denke ich, auch ewig darüber austauschen, was jetzt sozusagen, an welcher Stelle das dann gut verortet wird. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Starten da schon relativ langsam sind, bis sie da zu Regulierungen kommen, die auch wirksam sind. Das muss man leider so sehen. Ja, danke schön, Lukas. Ja, wir kommen auch, was so meinen Fragenkatalog angeht, so langsam zur Zielgeraden. Wie gesagt, ihr seid auch alle hier herzlich eingeladen, auch eure Eindrücke, Fragen auch zu teilen, mitzuteilen, mitzudiskutieren. Oh, da Wolf-Dieter hat jetzt auch schon direkt eine Frage oder einen Kommentar. Ich schalte dich einfach mal zu uns mit dazu. Bitteschön. Hallo. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja. Wunderbar. Ich glaube, diese Regulierung ist eine Sache. Die andere Sache ist der Umgang mit dem Kontrollverlust. Was du ja auch angesprochen hast, die Zahl der Sensoren, die Zahl der Daten, die erhoben werden, wird eher ins Unermessliche steigen und es wird keine Instanz geben, die diese Daten kontrollieren kann. Das heißt, die Herausforderung wird darin bestehen, wie gehe ich mit diesem Kontrollverlust um? Kann ich nur bestätigen. Ich wollte das auch nicht kritisieren. Nee, 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 nee. Ich verstehe. Also ich kann, es ist glaube ich tatsächlich auch, also wenn wir auch uns diese ganze Debatte angucken, digitale Souveränität oder auch digitale Mündigkeit. Wir kommen alle jetzt sozusagen, denke ich, innerhalb der Debatte auch, kommt man ganz schnell zu dem Punkt, dass natürlich die individuelle Selbstbestimmtheit, so wie wir es sozusagen definieren, dass die gar nicht möglich ist, weil es gar nicht in unseren Händen liegt. Also es geht da glaube ich tatsächlich dann um eine Haltung. Es geht darum, das Wissen zu vermitteln darüber, wie die Wirkungsweisen sind, um dann sozusagen wirklich, naja, also wir sind ja da nicht komplett frei in unserer Entscheidung, ob wir digitale Medien nutzen oder nicht. Also manche müssen das im Berufskontext machen und es hat natürlich auch sehr, sehr große Vorteile. Also und man ist schnell auch ausgeschlossen und das beginnt schon bei WhatsApp teilweise. Also wenn man dann in bestimmten Gruppen nicht dabei ist. Also das sind, diese Netzwerkeffekte sind sehr, sehr stark. Nichtsdestotrotz glaube ich, also da gebe ich dir komplett recht, Wolf-Dieter, dass dieser Kontrollverlust und die Haltung dazu entscheidend ist. Und das bedarf natürlich eines enormen Selbstbewusstes. Also es hat sehr viel mit Selbstwert zu tun. Wie viel bin ich dann auch bereit, da sozusagen auch preiszugeben? Wo ziehe ich meine Grenzen? Weiß ich, wie ich das einstellen kann? Das sind, denke ich, tatsächlich die realistischen Maßnahmen, die man da auch ergreifen kann, auch in der Bildungsarbeit. Ja, man muss glaube ich auch den Begriff der Identität neu denken. Was Tobias ja erzählt hat, dass er vorher Erfahrung auch mit Ballerspielen hat. Ich meine, ich kenne ihn nur aus Online-Kontexten, halte ihn jetzt aber nicht für einen Killer. Aber trotzdem ist das ja eine Ebene, die verschieden ist zur Realität. Und das wird die Herausforderung sein, diesen Identitätsbegriff neu zu denken und zu sagen, da sind in wechselnden Konstellationen wechselnde Identitäten möglich. Und das nicht als Defizit zu beschreiben. Ja, ja, auch da kann ich dir nur recht geben. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr facettenreich. Und ich glaube, dass gerade halt das Digitale, wenn man das so verallgemeinern kann, natürlich auch die Möglichkeit zulässt, da auch verschiedene Interessen. Also was, ich fand das sehr interessant, dass man sozusagen den Begriff nicht des Individuums, sondern des Dividuums sozusagen begreift, weil wir ja alle im Prinzip zwar einzigartig sind, aber sehr, sehr viele verschiedene, ja, Interessen miteinander teilen. Also ich glaube, dass jedem, der sozusagen Spotify benutzt und der von sich gedacht hat, ich bin derjenige, der, ich habe die freshen Sounds und ich bin der größte Platten-Digger von allen und suche die Sachen, das merkt man ganz schnell, wenn man da sozusagen auch auf Spotify unterwegs ist, dass das wahrscheinlich eine Illusion ist, weil wir relativ schnell sozusagen genau die gleiche Musik hören wie alle anderen. Also weil uns das zugespielt wird, weil wir auch einfach super viele Interessen miteinander teilen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, das ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Also wie denken wir darüber nach? Was ist das Individuum? Wie einzigartig begreifen wir uns auch oder begreifen wir uns am Ende nicht als etwas, was, als Teil einer Peergroup, also als Teil unserer Umgebung? Das sind tatsächlich sehr, sehr spannende Fragen, ja. Ja, von daher auch die Frage mit dem Kontrollverlust, das ist ja eine allgemeine Frage im Kontext Digitalisierung, weil, wie gesagt, wir oft ja gar nicht so die Wahl haben, ob wir Sachen nutzen oder nicht. Natürlich, oberflächlich gesehen können wir immer sagen, nutze ich nicht, aber ich sage mal, Schülern zum Beispiel ab einem gewissen Alter, die haben eben die Faktisch gesehen keine Entscheidung mehr, ob sie ein Smartphone nutzen oder nicht, weil sie sich einfach mit der Entscheidung Nein irgendwie in einem kompletten Sozialraum dann auch sperren und verweigern. Und wie du gerade gesagt hast, mit dem Individuum meiner Entscheidung etwas zu nutzen, dem zuvor sind erstmal ganz viele andere Entscheidungen von anderen Personen davor gegangen. WhatsApp zum Beispiel, ich würde WhatsApp nicht nutzen, wenn nicht jeder andere das auch nutzen würde. Wenn jeder Threamer oder Signal nutzen würde, dann bräuchten wir WhatsApp gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ein Diskurs, der das komplette Thema Digitalisierung betrifft. Ja, und wenn wir über Kontrollverlust sprechen, wenn ich das kurz ergänzen darf, das begegnet uns ja auch in der realen Welt. Also wir leben in so komplexen Zeiten, dass auch Kontrollverlust, also sozusagen anders gesagt, der Anspruch, sein eigenes Leben komplett kontrollieren zu können, ist vielleicht etwas, worüber man nachdenken sollte, wenn man glaubt, das zu können. Die Truman Show lässt grüßen. Vielen Dank, Wolf-Dieter, für den Kommentar. Ja, ja. Mich würde am Schluss nochmal interessieren, wir haben jetzt ja verschiedene tolle Möglichkeiten jetzt auch gesehen, auch Beispiele, was Metavers, Metaversum anbetrifft. Du bist schon sehr gut darauf eingegangen, dass da jetzt wirklich ein komplett neuer und auch ernstzunehmender Sozialraum auch, ich sag mal, entsteht oder am Entstehen ist. Wir wollen jetzt mal, wie immer am Ende einer Veranstaltung, in die Zukunftsbrille gucken. Und was glaubst du, was wird da noch Großes auf uns zukommen? Welche Auswirkungen wird das Metaversum haben für uns natürlich als Kirche, für die Bildungsarbeit, für die Arbeit mit Menschen? Worauf müssen wir uns noch einstellen? In Bezug auf die Gesellschaft, denke ich, habe ich auch schon vieles gesagt. Also es wird, es gibt ganz, ganz starke wirtschaftliche Treiber, die das sozusagen nach vorne treiben werden und ein enormes Interesse haben, dass sozusagen die Investitionen, die jetzt schon getätigt sind, auch sozusagen einen Profit nach sich ziehen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das einfach starke Akteure sind, die da was vorantreiben, die basteln da auch sozusagen wirklich auch an Visionen, die zu einem Teil tatsächlich auch ihre Vorteile haben. Aber zum anderen Teil gibt es da natürlich tatsächlich auch Probleme, die hatte ich auch schon angesprochen, das Reproduktionsdilemma, das hatten wir ja schon auch gesprochen. Zuletzt ist es natürlich für die Kirche, ja, muss man jetzt mal abwarten, ich finde es total gut, dass die Kirche sich mit solchen Fragestellungen auch beschäftigt, insbesondere weil wir natürlich immer stärker auch in eine Rolle kommen, wo wir überregional zusammenarbeiten müssen und wo ja auch gerade so immer sehr, sehr stark betont wird, wie Begegnung und das Haptische sozusagen auch von Bedeutung ist. Und ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass wir einfach auch nicht so viel Zeit haben, immer von A nach B zu fahren, ist das, denke ich, eine gute Möglichkeit, vielleicht das nicht komplett zu ersetzen. Aber es kann, denke ich, schon auch eine Hilfe sein, um sozusagen bestimmte Menschen von verschiedenen Orten an einen Ort zu bringen und da auch gemeinsam ein Gebet zu sprechen oder gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Aber mal, da bin ich jetzt in den theologischen aktuellen Debatten nicht so drin, ob das sozusagen fair oder möglich wäre. Genau, deswegen das nur als Randbemerkung. Und ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall da, so wie ich auch vorhin schon einen großen Spruch auf Empathie und Offenheit sozusagen angesprochen habe, dem sozusagen offen gegenüber sein und tatsächlich diese Flächen nutzen und rumexperimentieren, ausprobieren. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, das ist nichts für mich, ist immer noch, ist auch eine gute Lösung sozusagen. Aber solange man es nicht ausprobiert hat, kann man auch nie sozusagen so richtig merken, hilft mir das. Also sozusagen da wieder ganz stark betont, dass natürlich die Digitalisierung als ein Werkzeug betrachtet werden sollte und das auf ganz, ganz verschiedenen Händen. Ja, vielleicht nicht du als Werkzeug, sondern einfach als Bestandteil der gegebenen Realität ist, dann gar nicht mehr analog, digital noch groß unterschieden wird. Das ist ja auch immer so meine Hoffnung, sondern es einfach als die Realität anerkannt wird mit all den Facetten, die dazukommen. Ja, ansonsten vielen Dank, lieber Lukas, für den Einblick in das Themenfeld. Jetzt auch noch mal letzte Möglichkeit für Wortmeldungen, Kommentare, Rückmeldungen. Kenneth schreibt im Chat auch noch mal, kann es sein, dass diese Fragen nach Individualität sich nicht erst im digitalen Raum stellen, sondern nur die Individualitätsillusion der Offline-Welt offenlegt? Ja. Denke ich, denke ich ist so. Klasse. Gut, wenn ansonsten keine Kommentare, keine Rückmeldungen mehr kommen, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, lieber Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen tollen Talk. Sehr, sehr spannend auch an euch alle fürs Zuhören und dabei sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Sommerpause, denn Pause ist es jetzt auch hier im Edu-Talk. Es geht erst im September weiter mit einem Livestreaming-Angebot für Gottesdienste mit dem Social Media-Fahrer Lutz Neumeyer der EKHN. Und da lade ich noch mal recht herzlich ein. Ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, eine schöne Sommerzeit und bis bald, dann macht's gut. Tschüss.